Musik Selbsthilfe und Selbsthilfeforen im Internet Zukunftschance oder Auslaufmodell? Das ist hier die Frage. In den 1970er Jahren war Selbsthilfe das Thema. Zurecht. Musik Gab sie uns doch allen die Chance, vor allem im Bereich der Behinderten und der chronisch Kranken, uns unabhängiger, ein wenig unabhängiger zu machen von der Bevormundung durch Behörden, durch Firmen, durch Mediziner und so weiter und so fort. Wir haben diese Chance damals genutzt. Ich damals noch nicht als Betroffener, sondern als Journalist. Ich habe das immer gerne begleitet und hoffentlich auch einigermaßen gut begleitet. Die Selbsthilfeszene wurde stärker und stärker. Wie sieht es heute aus? Gut 40 Jahre später. Ist Selbsthilfe noch von Nöten? Natürlich. Die Frage brauchen wir, glaube ich, uns gar nicht zu stellen und brauchen wir auch gar nicht groß zu beantworten. Selbsthilfe muss sein und hat nach wie vor ihren gleichen hohen Stellenwert. Aber wie ist das mit den Instrumentarien? Vor allem in den neuen Medien, vor allem im Internet. Da schossen vor etwa 10, 12 Jahren die Internetforen wie die Pilze im Herbst aus der Erde. Das schien überhaupt das Medium zu sein, um Selbsthilfe vom Ort zu trennen, weiterzumachen für die ganze Republik und darüber hinaus. Tolle Sache. Begeisterte kleine Gruppen taten sich zusammen, leisterten unglaublich vieles, bauten Netzwerke auf und machten Selbsthilfe online. Wenn wir heute dagegen die Szene beobachten, dann sieht es nicht so gut aus. Es gibt im Grunde genommen zwei grob zu unterscheidende Formen der Selbsthilfeforen. Da ist einmal die Gruppe von Foren, die letztlich durch Pharmafirmen zum Beispiel bestimmt werden, offen oder versteckt oder halb versteckt. Die vertreten natürlich immer wieder mal auch die Interessen ihrer Firmen, ihrer Unternehmen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie in allen Fragen schlechte Antworten geben. Will ich gar nicht sagen. Aber mit Selbsthilfe hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun. Auf der anderen Seite haben wir die ehemaligen Idealisten von damals, die vor 10, 12 Jahren angefangen haben. Was ist aus denen geworden? Nach dem biblischen Motto, wachset und mehret euch, haben sie genau das getan. Sie sind gewachsen. Sie sind größer geworden. Immer mehr Leute sind zu ihnen gestoßen. Wir haben dort teilweise mehrere hundert sogenannte User. Das heißt, das sind Benutzer dieser Foren, Besucher dieser Foren, die dort fast unangeschränkt lesen und schreiben dürfen. Und es gibt da einen Trend, dass man sich schon damals bei der Gründung gesagt hat, wie organisieren wir das Ganze? Und da ist man auf die Idee gekommen, wir organisieren das als gute Deutsche in einem guten deutschen Verein. Da hat alles seine Ordnung. Das hat sich nicht bewährt. Wir finden heute dort verkrustete, verhärtete Strukturen vor, die vor allen Dingen streng hierarchisch gegliedert sind. Und wir finden dort, was wir in jedem deutschen Kleingartenverein, in jedem Gackelverein finden, Wir finden Klüngel. Klüngel, die Kölschen kennen das auf jeden Fall, ist diese Zusammenrottung von mehreren guten Freunden. In Bayern pflegt man das Amigos zu nennen. Und die halten eisern zusammen. Wehe, man kommt denen in die Quere und das passiert immer wieder, unweigerlich. Mir selbst ist das auch passiert. Dann ist nichts mehr mit Selbsthilfe. Dann ist nur noch so eine Art Guerilla, so eine Art Partisanenkrieg. Jeder gegen jeden. Dazu kommt natürlich noch heftiges Mobben von allen Seiten. Und das macht die Selbsthilfe kaputt. Wir erleben das zur Zeit wieder einmal. Es wird auch immer wieder passieren, wenn Sie mich fragen, Selbsthilfe ja, was die Selbsthilfeszene im Internet angeht. Ich meine jetzt allerdings speziell die nicht abhängige, die nicht von Firmen abhängige Selbsthilfe im Internet. Die hat versagt. Sie ist dabei, sich selber zu zerstören. Und das ist schade. Da müssen neue Wege gesucht werden. Und damit sollten wir jetzt anfangen. Jos van Aken Und dann können wir jetzt anfangen.